Mittelalter Ein Altü begunde Springen, Hohe als am ein Kitze im Bohr, Sie wollte Blumen bringen. Tochter, reich mir mein Gewand, Ich murr's an des knappen Hand, Der ist von Rüwenthal genannt, Traranuretum, Traranurintun, Traranuretum, Traranurintun, Ach, Mensch, ich hab's so oft probiert, Aber es klappt einfach nicht. Ich bin nämlich nicht Neidhard von Rüwenthal, Der diese Strophe gedichtet hat. Und er ist das Thema dieser Folge. Neidhard von Rüwenthal, So nennt er sich in seinen Texten. Und er stilisiert sich als der Frauenheld schlechthin. Neben mir seht ihr das Bild zu seinen Liedern Im Kodex Manesse, Der großen Heidelberger Liederhandschrift, Die zwischen 1300 und 1340 in Zürich entstand. Aber das ist natürlich auch kein realistisches Bild von ihm. Überhaupt der Name Neidhard von Rüwenthal, Wir wissen nicht, ob das tatsächlich sein Name war. Rüwenthal, ja, es gibt Orte mit diesem Namen. Aber genauso könnte ich das mittelhochdeutsche Rüwenthal Auch mit Jammertal übersetzen. Und dann wäre es ein stilisierter Dichtername. Genauso Neidhard. Das könnte stimmen, Aber auch das könnte ich übersetzen als Neider Oder von Missgunst erfüllter Mensch. Deswegen nennt ihn die moderne Forschung Auch nicht mehr Neidhard von Rüwenthal, Sondern einfach nur Neidhard. Und so will ich das heute auch tun. Er dürfte in Bayern geboren sein. Seine Schaffenszeit beginnt um das Jahr 1210 herum. Vielleicht auch in Bayern. Das wissen wir nicht so genau. Ab 1230 taucht er dann in Wien auf, Am Hof von Herzog Friedrich II. Und dichtet dort seine Lieder. Um 1240 ist seine Schaffenszeit dann zu Ende. Ca. 150 Lieder sind unter seinem Namen überliefert. Es sind Minnelieder. Aber nur 66 davon sind auch tatsächlich 100%ig gesichert Und können ihm zugeschrieben werden. Warum es noch viel mehr gibt, Das erfahrt ihr im Laufe dieser Folge. Was ist das Besondere an Neidhards Minneliedern? Nun, er führt eine Neuerung in diese Gattung ein. Nämlich das Dörperliche. Also das Dörfliche. Das heißt, er überträgt die Situation des klassischen Minnesangs In eine Welt, wo sie eigentlich gar nicht hineinpasst. In die Welt des Dorfes. Und nun ist es nicht mehr der Ritter, Der um eine sozial höher stehende Frau wirbt, Sondern er wirbt um ein Dorfmädchen. Oder sogar umgekehrt. Ein Mädchen. Oder gestandene Bauersfrauen wollen ihn verführen. Und er selbst, der von Rüventhal ist also ein Landjunker, Der die Tanzveranstaltungen der Bauern besucht, Um sich dort ein Mädchen zu suchen. Es gibt zwei verschiedene Gruppen von Liedern. Das sind zum einen die Sommerlieder, Bei denen Ritter Neidhardt, also das lyrische Ich, Ein Dorffest besucht, um ein Bauernmädchen wirbt Und natürlich die Konkurrenz von Bauernburschen zu spüren bekommt. Daneben gibt es noch Lieder, In denen sich Bäuerinnen, Zum Beispiel Tochter, Mutter, zwei Alte oder zwei Freundinnen, Darüber unterhalten, Wie sie die Gunst dieses tollen Ritters von Röventhal erringen könnten. Das alles ist natürlich Satire und Parodie auf den Hohen Minnesang. Die zweite Gruppe seiner Lieder sind die Winterlieder. Das heißt, die Szene wird in die Bauernstube, In die Gastwirtschaft verlegt. Auch hier wieder der Ritter Neidhardt kommt dorthin, Wenn die Bauern zum Tanz aufspielen. Er sucht sich ein Mädchen, er wirbt um dieses Mädchen Und wieder gibt es die Konkurrenz durch die Bauernburschen. Und es kommt zu Wüstendrohungen, Es kommt sogar zu Handgreiflichkeiten. Neidhardt zeigt in seinen Liedern die Bauern als rohe, dumme Tölpel, Die sich aber höfisch herausputzen, Feine Kleider tragen, breite Schwerter tragen Und sich wie Ritter benehmen wollen. Aber sie können das natürlich nicht. Sie sind grobschlechtig und gewalttätig. Hier auf dem Bild sieht man so eine Bauernszene. Allerdings ist das Peter Bruegel, der Ältere aus dem 16. Jahrhundert. Und man kann sich so ungefähr vorstellen, Dass das im Hohen Mittelalter genauso ausgesehen wird. Melodie und Rhythmus der Lieder Neidhards zeigen, Dass es keine Lieder waren, Die für den höfischen Vortrag bestimmt waren, Sondern Tanzlieder, die bei höfischen Festen gesungen wurden. Man könnte sogar sagen, wie der Mediabist Horst Brunner, Dass Neidhardt vielleicht selbst ein Festarrangeur war, So ein früher Event-Manager. Mit seinen Liedern hat er auf jeden Fall Aufsehen und Aufregung erregt. Anders als der hohe Minde-Sang, Zeigt er nämlich keine höfische Zurückhaltung. Und er zeigt auch kein vorbildliches Verhalten. Er will nämlich einfach nur unterhalten. Und wie erreicht er das? Mit der Komik von alltäglichen Situationen, Mit Prügelszenen und mit jede Menge erotischer Anspielungen. Wie im folgenden Beispiel. Ein Text, in dem es vordergründig um eine ritterliche Schwertscheide geht. Es verlos ein Ritter seine Scheide, Da umfart einer Frau we also leide. Sie sprach, Herre, ich will euch eine lehnen, Der will sich mein Leidermann verziehen. Also mal ganz einfach übersetzt, ein Ritter hat seine Schwertscheide verloren Und das machte eine Frau sehr traurig. Und sie sprach, Herr, ich will euch eine leihen, Der sich mein Mann leider nicht mehr bedient. Mehr sagen wir dazu besser nicht. Aber durch solche Lieder, Ja, wurde Neidhardt berühmt. Er wurde eine Art Popstar des 13. Jahrhunderts. Und seine Dichtungen waren so beliebt, dass sie sogar zu einer Art Gattungsbezeichnung wurden. Denn Nachfolger dichteten einen Neidhardt, also Strophen nach seinem Vorbild. Und das ist der Grund dafür, warum es viel mehr Strophen unter seinem Namen gibt, als tatsächlich von ihm gedichtet wurden. Wie ging es eigentlich überhaupt mit dem Minnesang dann im 13. Jahrhundert weiter? Wir sprechen dann von dem nachklassischen Minnesang. Die Autoren, das sind adlige Dilettanten. Aber nicht bösartig gemeint. Nein, es waren Liebhaber dieser Kunstgattung, die die Tradition eines reinmades Alten oder Walter von der Vogelweide einfach fortführen wollten. Sie hatten nicht immer die allzu große Begabung, aber es ging ihnen ja auch vor allem darum, eben diese Idee des Minnesangs, den Dienstgedanken, die Verehrung der Frauen fortzuführen. Aber unser Neidhardt, der lebte weiter. Er wurde im Spätmittelalter sogar selbst zu einer literarischen Figur. Er tauchte in manchen Texten auf als der Bauernfeind schlechthin. Und erst später wurde er dann die Figur von Schwenken und sogar Neidhardt spielen, die bei Festen und auf Märkten aufgeführt wurden.